Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es sich mal um eine Aussage drehen, die man immer wieder hört. Und zwar, wenn ich jetzt mehr Rendite will, muss ich auch mehr Risiko eingehen. Und das hat die Frage, ist es wirklich so, wenn ich mehr Risiko eingehe, dass ich dann auch mehr Rendite bekomme? Und die kurze Antwort ist ja, die lange Antwort ist nein. Und darum soll es heute gehen, wie immer, das ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönlichen Informationen, die ich nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert habe. Dabei wollen wir als erstes hier in diesen Graphen springen. Und hier sieht man immer quasi das, was man, wenn man sich damit befasst, sieht. Das heißt, je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr Rendite bekomme ich. Ich möchte diesem Graphen auch nicht widersprechen, jedoch ist dieser Graph nicht vollständig. Denn es fehlt oft eine Komponente und das ist diese hier. Das hier ist, wer in Mathematik aufgepasst hat, das sind Normalverteilungen. Das heißt, ja, hier der Durchschnitt der Leute wird halt hier diese 50% an Rendite, diese Rendite auch halt bekommen. Aber wenn wir uns jetzt ungefähr 50% dieser Fläche anschauen, das sind nämlich dann 50% der Leute, die in diese Risikoklasse investieren, ist es so, dass sie natürlich hier ein paar mehr Rendite machen werden, ein paar weniger Rendite. Jedoch wird halt der Durchschnitt hier ungefähr landen. Jedoch sollten wir hier auch auf die Extremfälle eingehen, nämlich hier unten und einmal hier oben. Sagen wir mal, das hier ist jetzt so oft die Richtung Anlageklasse Aktien. Das heißt, man geht hier natürlich auch ein höheres Risiko ein. Eigentlich sogar Aktien hier meistens am Ende dargestellt. Also das heißt wirklich, da kann es auch stark in den negativen Bereich gehen. Das heißt, hier oben sind die Leute, die jetzt sagen wir mal eine Tesla, eine Apple, eine Microsoft oder eine Amazon investiert haben. Und hier unten sind halt die Leute, die in eine Nikola investiert haben, in eine Wirecard, vielleicht auch Richtung Exxon Mobile oder ähnliches, die halt einfach keine gute Performance hatten. Und es ist halt immer auch so, dass wir immer, wenn wir über Aktien reden, eine sogenannte Survivorship Bias haben. Das heißt nämlich, die meisten Aktionäre, die in eine Apple investieren, werden es euch halt erklären, dass sie halt in eine Apple investiert haben. Jedoch, wenn sie halt viel Geld mit einer Wirecard verbraten haben, dann ist es so, dass es halt oft auch aus Scham, einfach aus einem menschlichen Gefühl halt so ein bisschen versteckt wird. Ist für mich auch verständlich. Deswegen will ich da auch nicht allzu viel Negatives sagen. Das heißt also im Endeffekt, je mehr Risiko ich eingehe, desto unwahrscheinlicher wird die Rendite auch. Denn wenn wir hier vorne hingehen, das sind jetzt, sagen wir mal, festverzinstliche Anleihen von Unternehmen, nehmen, die jetzt auch Investment Grade sind, also mit einem guten Kredit Rating. Man sieht ja eigentlich, das Schlimmste, was ich halt haben kann, sind halt das hier unten. Und das ist natürlich besser als hier die 20%. Also ich werde automatisch besser abschneiden, selbst wenn ich die schlechteste Rendite bekomme, mit einem geringeren Risiko, als die Leute, die ein höheres Risiko eingegangen sind, aber dann eine schlechte Rendite gemacht haben. Also, wie wir hier sehen, Rendite und Risiko haben zwar eine Beziehung, aber je geringer das Risiko, desto wahrscheinlicher wird auch die Rendite, die man sich da verspricht. Jedoch will ich jetzt noch auf weitere Sachen eingehen. Und zwar geht es hier um die Risk-Free Rate. Dafür ist nämlich schon mal diese Normale Verteilung jetzt nicht mehr so wichtig, aber wir wollen hier auf einen kritischen Punkt in diesem Graphen eingehen. Und das ist dieser hier. Dieser Punkt wird nämlich Risk-Free Rate genannt. Was ist das? Das sind nämlich die Anlageklassen quasi, die man mehr oder weniger ohne Risiko jetzt eine Rendite erwirtschaften kann. Das heißt zum Beispiel, die Zinsen auf dem festverzinslichen Tageskonto wären zum Beispiel eine Sache. Oder AAA-geratete Staatsanleihen Richtung 10 Jahre, sagen wir mal Deutschland oder USA. werden da auch oft genommen. Das ist halt quasi die Risk-Free Rate. Natürlich ist es jetzt so, dass jetzt von der FED jetzt gesagt wird, dass vielleicht auch halt diese Zinsen steigen könnten. Und da wollen wir natürlich auch eine Sache natürlich jetzt gucken, was passiert denn dann hier mit der Rendite. Denn wenn, sagen wir mal, wir sind hier unten, wir haben jetzt eine sehr geringe Risk-Free Rate. Zum Beispiel in den USA ist es so, dass wir auf ein Tagesgeldkonto jetzt noch 0,5% bekommen an festverzinslichen Zinsen bei der besten Bank, die man so ungefähr bekommen kann. Jedoch ist das natürlich hier nicht das Beste. Also wollen wir natürlich jetzt mehr nachher in Zinsen haben. Und wenn die FED jetzt natürlich die Interest Rate steigen lässt, wird auch dieser Graph nach oben gehen. Und jeder Aktionär sagt auch jetzt, super, ich bin auch hier in Aktien. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt hier das Ganze nach oben gehe, werde ich natürlich jetzt auch mehr Rendite bekomme, sobald die Risk-Free Rate höher wird. Jedoch sollte man überlegen, was quasi passieren muss, damit die Rendite in einem Aktienmarkt steigt. Denn wir wissen ja jetzt, sagen wir mal, Microsoft in 10 Jahren wird ein Investment von heute 1000 Euro, 20.000 Euro wert sein. Oder sagen wir mal, von 100 Aktien wird 20.000 Euro wert sein. Also wissen wir, 20.000 Euro, 100 Aktien. Jetzt ist es so, jetzt habe ich mich ja gerade schon versprochen, sagen wir mal, aktuell nehmen wir jetzt 1000 Euro, um diese 20.000 Euro zu erreichen. Da haben wir ja eine Rendite dann über diese 10 Jahre. Jedoch, wenn diese Rendite steigen soll, dann muss es so sein, dass ich jetzt mehr Anteile für mein Geld bekomme. Das heißt natürlich auch, dass der Preis sinken muss. Das heißt, dadurch, dass jetzt die FED auch signalisiert hat, dass sie natürlich die Inflation stoppen will, die Risk-Free Rate hier oben natürlich anheben will, wird es so sein, dass jetzt zum Beispiel die Leute einfach wahrscheinlich dann halt ihr risikohaftes Kapital wieder umschichten werden in weniger risikohafte Anlagen und dadurch wird wahrscheinlich auch der Aktienmarkt sinken. Zumindest sind das halt die Befürchtungen der Analysten. Denn es ist oft so, ich bin jetzt ein Investor und Richtung Versicherung, ich brauche meine 2% Rendite. Und dann ist es natürlich so, wenn wir uns das Ganze anschauen, was passiert denn dann, wenn wir hier diese Risk-Free Rate verschieben. Das heißt, auf einmal muss ich jetzt hier als Investor, der seine 2% Rendite braucht, natürlich auch mehr Risiko eingehen. Jedoch ist es dann natürlich so, dass gerade hier unten in der Risk-Free Rate oft es geht um 10-jährige Treasury Builds. Das heißt, wenn die hier ein höheres Risiko eingehen und auf einmal Aktien kaufen, dann werden sie ja möglichst versuchen, Aktien mit einem geringen Risiko zu kaufen. Das heißt, hier wird auf die größten Blue Chips mit dem besten Balance Sheet und dem besten Track Record gesetzt. Das heißt, hier wird dann natürlich für diese Rendite, jetzt sagen wir mal Aktien wie eine Costco, eine Microsoft gekauft, die über Jahre hinweg mit einem guten Balance Sheet einfach gute Performance gebracht haben. Jedoch ist denen egal, wenn das jetzt in 10 Jahren halt nur 2% Rendite bringt. Das heißt, diese Aktien gerade, die hoch bewertet sind, aber sehr gute Qualitätsunternehmen sind, könnten darunter leiden, weil wenn diese Risk-Free Rate jetzt hier wie in diesem Schaubild halt wieder steigt, dann warum sollte ich das Risiko von Aktien eingehen, wenn ich dann hier wieder in die Staatsanleihen investieren kann und das bekomme, was ich brauche. Also, hier sieht man die Beziehung von dieser Risk-Free Rate zu den Aktienkursen, aber auch, was höheres Risiko jetzt eigentlich wirklich für die Rendite bedeutet. Jedoch kommen wir dann am Ende nochmal, sagen wir mal, als kleine Warnung zu binären Optionen, denn binäre Optionen, an denen verdienen eigentlich nur 2 Leute Geld und die werden dann quasi, wenn wir uns das hier einmal, ja, wieder anschauen, die Leute, die hier unten sind, wartet ein, wartet einmal, so, die Leute, die hier unten sind, sind nämlich die Leute, die binäre Optionen kaufen, während die Leute, die hier oben sind, die Leute sind, die die binären Optionen verkaufen. Denn es ist so, dass viele Investoren, oft, die so ein bisschen mehr Geld haben, schon öfter, schon länger dabei sind, die werden immer wieder binäre Optionen, das heißt, die werden Covered Calls zum Beispiel schreiben, gerne sich auch noch ein Cashflow dadurch aufbauen und sogar auch ihr Portfolio damit absichern. Also, die machen oft wirklich Rendite mit diesen Optionen. Ich habe wenige gesehen, die wirklich auch mal damit Geld verloren haben. Jedoch ist es halt so, dass zum Beispiel die Kontrahenten natürlich dann oft die sind, die auf den Kosten sitzen bleiben. Denn wenn ich alleine 1000 Euro an Prämien bekomme und diese verfallen einfach, ja, das wird nämlich hier unten, ja, bei den Leuten sein, die diese Optionen gekauft haben. Also, nur weil ich ein höheres Risiko eingeht, heißt es nicht automatisch, dass ihr auch auf der Gewinnerseite seid. Denn hier, ja, spielen Leute einfach mit gezinkten Karten. Wer Optionen kauft, wird eher hier unten in der zweiten Hälfte sein. Und die Leute, die halt sagen, okay, ich verkaufe diese Option, ich habe das Geld, ich habe die Aktien, die ich dafür brauche, die werden halt hier oben das entsprechend halt auch die Rendite machen. Also, man merkt hier, es gibt teilweise zwei Seiten natürlich von dieser Kurve. Und nur eine Hälfte davon sind wirklich die Gewinner, während es natürlich auch natürlich hier Sachen gibt, dass, wenn ich ein höheres Risiko eingehe, ich auch das höhere Risiko auf einen Verlust habe. Also, wer sicher gehen will und sagt, okay, ich will das jetzt hier wirklich für eine Vorsorge, für eine, ja, sagen wir mal, für eine Rente haben, dann ist es vielleicht doch besser, halt, wenn man halt diese 10-Jahres-Horizont hat, dann in eine Microsoft zu setzen, genauso wie eine Versicherung, die jetzt ihre 2-3% wollen pro Jahr, anstatt wirklich hier das volle Risiko einzugehen und nachher hier wirklich unten zu landen, mit einer Wirecard, mit einer Nikola, dem Pennystock XYZ, weil, wenn wir ehrlich sind, 99% der Pennystocks werden hier unten landen und deswegen muss man halt immer überlegen, ja, wenn ihr das Risiko eingeht, werdet ihr möglicherweise auch als unerfahrener Investor hier unten landen, denn wir wissen auch, hier oben landen die Glückspilze, hier landen die erfahrenen Investoren und hier landen so ungefähr die ETFs. Also, es gibt immer zwei Seiten von so einem Graph, man kann nicht immer sagen, okay, das hier ist das eine und das erklärt das so. Ich hoffe, ich konnte das erklären, es ist ja auch Statistik, es ist etwas schwieriges Thema, das Ganze auch drüber zu bringen, aber denkt daran, höheres Risiko ist nicht automatisch bessere Performance, aber wenn ihr das Risiko eingeht, habt ihr halt die Chance auf eine bessere Performance, denn wenn wir das hier nochmal einblicken, einblenden mit der entsprechenden Risk-Free Rate, das müssen wir noch einmal anpassen hier, dann ist es so, ja, okay, hier das Beste oder das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir wirklich hier, sagen wir mal, bei einer einprozentigen Rendite landen, während das Beste natürlich auch wirklich, es dann, sagen wir mal, ist eine dreiprozentige, aber wahrscheinlich werden wir hier nur 2% bekommen, das ist halt abgesichert, aber abgesicherte Renditen, wie man hier merkt, bringen auch nicht viel und können sogar von der Inflation dann wiederum geschluckt werden, aber da möchte ich das jetzt auch beenden, ich hoffe, es hat euch trotzdem alles hier gefallen, tschüss, bis zum nächsten Video.